Dafür brauchen wir nur 3 Gold und nicht 4. Das ist die Frage, wo kriegen wir vielleicht noch mehr her, ne? Oder vielleicht können wir da ja auch peitschen bei dem Preis. So, das sieht übrigens voll fancy aus. Aber genau, da können wir auch gar nicht hochlaufen. Wie sieht eigentlich unser Charakterbogen aus? Hat sich hier was getan? Wir haben weiterhin 8 Trefferpunkte. Das müssen wir vielleicht nochmal heilen. Das müssen wir vielleicht nochmal heilen. Na gut, achso, hier ist ja auch das eingezeichnet. Gut, dann gehen wir vielleicht nochmal, ach ne, das ist diese Gasse. Genau, wir müssen hier nochmal in den Blumenladen. Und dann ist hier hinten der Treuer. Genau, und hier kommen wir zu dem Pusch. Da können wir dann das zweite Juwel und schnappen. Das würde ich sagen, machen wir doch auch mal direkt. Dann lassen wir uns nicht weiter ablenken, direkt da hin und dann geht's ab. Die Gasse führt zum Fluss. So angeln wie ein Fisch. Wie ein Fischer. Oh nein, ein Mord. Wir sind hier. Wehe mir, wehe mir. So blass bereits. Lang her muss es sein. Der Gelebt, der wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Oh nein. Wo? Das sieht so geil aus, ne? Hauptsache, er bewegt sich so. Was soll ich tun? Das würde sich echt... Toter Typ. Ja, kann ich? Okay, kann ich jetzt nicht hier weiter mit dem Höhne? Das würde mir bestimmt fehlen. Wenn nicht loswerden. Toter Typ, bitte. Okay, dann müssen wir mal weiter den Weg erkunden. Achtung, Flussmonster. Boah. Die Sonne. Das ist der Streit mein Gesicht. Da ist der Drache, dieser... Ach, die Schlange. Die Drachenschlange. Zum Glück haben wir die Glocke. Nice. Sehr gut. Ja. Ryan Snake. Na, warum denn nicht? Ja, würde so eine Schlange sein? Ist doch... Na gut, ja, vielleicht eine Drachenschlange. Hat es nicht verdient? Ist es nicht wert? Sie ist niedlich. Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Was? Okay. Ach so. Oh nein. Nein, shit. Dann habe ich nicht mal gedacht. Was sollen wir jetzt tun? Ähm, wie ist das? Ach ja, okay, jetzt ist die Glocke. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Nicht, dass ich jetzt vorher hätte irgendwie die Waffe wechseln müssen. Erschrecken. Glocke. Nein. Jetzt hat sie ihn angemacht. Das ist nicht gut. Schlangen in Hörweite schlafen. Aber was heißt angemacht? Hä, weil klar warst du da. Tun wir so, als wäre es ein tiefes Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nichts über... Ey, macht mal diesen Emote. Wir brauchen diesen Emote. Way too funny. Nice. Aha. Loot, loot, loot. Der gute alte Dingelingeling Emote. Das ist ja geil. So. Neuer Skill. Noch ein neuer Skill. Drei Damage. Okay. Aber nur einmal pro Kampf. Aber drei Schaden ist natürlich nice. Wobei eigentlich... Eigentlich... Eigentlich gar nicht so geil. Eigentlich... Hä? Ein weiterer Juwel? Ich traue meinen Augen nicht mehr ganz. Ach, die Fischschuppe. Ah, okay. Sieht ja eigentlich genauso aus wie der Seelen-Saphir. Hm, ich dachte wir dürfen jetzt angeln. Ich wollte angeln. Angeln finde ich aus irgendwelchen Gründen immer so geil in Games. Habe ich im WoW gerne gemacht. Habe ich im Stadion Valley gerne gemacht. Geklappt, oder? Das fand ich immer nice irgendwie. Das fand ich immer nice. Eine Schriftrolle. Ich hoffe, wir sammeln sie alle. Und got a catch in the mall. Und dann kriegen wir hoffentlich ein Achievement. So viele Schriftrollen kann ich noch niemals im Leben benutzen. Die kann ich nur weitervererben hier. Kann ich an die Gilde spinnen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da ist das Blumenviertel. Da darf auch nicht passieren. Vielleicht können wir da hinten noch weiter erkunden. Ein Notenblatt. Oh, das ist gut. Die zweite Hälfte. Yes. Ach was. Gegner können sich für eine Runde nicht bewegen. Aber auch nur einmal pro Kampf. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen okay, wenn man das die ganze Zeit spammen kann. Ach so, genau. Und deswegen, also... Na gut, okay. Ja, okay. Also was ich eigentlich sagen wollte, war halt, wenn wir jetzt dieses eine mal drei Damage machen, lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Weil wir können ja immer auch ihn buffen. dass er halt vier Damage macht, also zweimal zwei. Aber natürlich würden wir quasi ein Damage mehr machen, ne? Wenn er quasi zwei Damage macht, ich drei, dann haben wir halt fünf. Aber weil ich ja auch nie die HP von den Gegnern weiß. Ist halt auch schwer zu sagen, wann das jetzt halt angebracht werden. So. Auch zu Juwel Nummer zwei. Und dann haben wir die Welt schon fast gerettet. Es sei denn, weitere Gefahren lauern. Das müssen wir dann noch herausfinden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das Navigieren. Also gerade, wenn ich mit ihr sprechen will. Aber gut, ich will einkaufen. Ich dachte, ich kann mit ihr sprechen und sagen, ne? Wir sind die Fischschuppe, was wir da haben. Und wir sehen uns wieder. Das war schön. Wie stolz er ist. Proudly proud. Oh, hier. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun. Hier ist mein Teil der Abmachung. Oh, ja. Herr damit. Guck mal, das ist voll der Scam. Bin ich der Einzige, der immer denkt, das wäre so eine Kugel, so eine Glaskugel. Und dann ist das nur so ein Taler. Perspektive ist alles. Absoluter Scam. So, den Treustaub, den hätte ich noch gern. Vielleicht können wir da ein bisschen feitschen. Das kommen ja scheinbar mehrere Trollen, ne? Nein. Okay, wir können doch nicht feitschen. Na gut. Irgendwofür müssen wir das ja benutzen. Ähm. Einmal eine Gizarre noch. Die hätte ich gern. Das wäre so geil. Das wäre so geil. So, mit ihr können wir nicht nochmal sprechen, ne? Sagt sie wieder das Gleiche. Okay, dann würde ich sagen, den Blumenladen. Dann haben wir jetzt tatsächlich unseren zweiten Juwel. Sehr geil. Weiter geht die Reise. Gucken, was im Blumenladen wartet. Mal gucken, wie dieser Troll da sein wird. Achso, stimmt. Mit dem Schmied. Das muss ja irgendwie noch ein bisschen weitergehen. Ich habe ja noch nicht mal diesen diese ganzen Zutaten für diese Sachen bekommen. Oh, Typ mit Glatze. Der wird uns weiterhelfen. Oh, er ist ganz schön überhaupt böse. Warum bist du so böse? Achso, der hat keinen Bock auf dieses Laat oder was. Ein, zwei, drei Ich kontrolliere mich. Es ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Uh. Achso. Es ist besser als sauer auf dein Buch über Wutmanagement zu werden. Ein Leben ohne Monster. Wie lange das schon her ist. Und natürlich eine Schriftrolle. Wie wurden diese Schriftrollen so ordentlich gebunden? Ah. Ist da noch was? Oh, ein Schild. Was ich mich gerade frage, ob ich einfach so Schriftrollen benutzen kann, ne? Das wäre die Frage. Due to unfortunate abundance of monsters. Ja, Mensch. Bist du enttäuscht? Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Ähm. Hä? Ah, da vorne. Okay, genau. Oh, hier, der Jogger. Der Joggerin. Na dann. Was sagt sie jetzt? Nice. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für sie. Das hat sich gelohnt. Bin ich gut. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Baden-Angelegenheiten. Das ist die Baden-Gilde. Nee, nee, nee. Nicht Erledigung im echten Leben. Ich muss meine, äh... Ja, genau. Ich würde Baden-Gilde haben. In der Baden-Gilde erneuern. Ja. 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 Was? Let's go. Yeah. Okay. Ja, mal gucken, was da... Ob's da schon was draus hat. Ride for the Cure. For Bracken Ridge. Ah, okay. Wegen Alzheimer. I see. Das ist ja voller Erinnerung. Oder... To-dos. Hm. Oh, hallo. Hallo. Ja, und das war's jetzt, oder? Vielleicht weiterlesen. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Ja, ah, guck mal. Der ist ja richtig am up-swaggen hier. Hat jetzt so'n... Oh, was sei's Plova noch übergezogen gekommen? Der ist ja crazy am up-swaggen. Ist doch ne Mischung, ne? Aus Frax Cool hier und Frax Cozy. Quasi mit der Decke. Richtig. Das letzte, was Eleanor will, ist, dass sich jeder um sie sorgt. Richtiger. Swaglord. Dear Customers. Also, spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Also, spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. What's your language, bro? Macintosh. Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Ich frage mich, ob das irgendwie an so'ner Art 3D-Sound-Einstellung liegt oder so. Dass das immer so komisch ist. Weil die Stimme ja auch so leise war bei Ethan, wo er so weit weg stand, ne? Ich glaube, also, das ist ganz komisch. Aber ich kann ja, glaube ich, auch nichts einstellen. Leider, leider. Ich hab' ja schon runtergestellt sogar. Wenn ich jetzt halt noch weiter runterstelle, dann sind sie wieder zu leise, wenn's dann halt leiser ist, ne? Naja. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Soll ich abhängig davon, wo die diese... Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. ...Position hingepackt haben. Wenn du's dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Naja. Aber... Müssen wir durch. Pass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Mindeste ist, sich da reinzuhalten. Ganz ehrlich. Die Ablenkung tut mir gerade richtig gut. Ein bisschen Hacken lernen. Ist alles okay? Nope. Ich hab' erfahren, dass Oma krank ist. Sie hat Alzheimer. Oh. Wow. Egal. Lass uns über was anderes reden. Oh wow. Wie sag ich das? Ne. Wie reagier ich jetzt am besten, obwohl ich ja schon wusste, dass... Äh... Wusste, dass ich's weiß. Ja. Obwohl ich das schon wusste. Ja, genau. Lass uns über Mac reden. Perfekt. Was macht denn das College? Willst du... ...noch aufs College gehen? Ähm... ...nein. Ich hab' abgelehnt. Hm. 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 Und sie halt meinte irgendwie so, ja, ich bin hier, ähm... Ich bin, bin... Ähm... Wie hat's jetzt gesagt? So... ...dass ich ihr dann irgendwann später auch mal helfen kann. Und dann, ja, so... ...könnte leider früher kommen, als du denkst. Ja, es ist doof, es ist beides richtig. Natürlich ist es schwer, aber es ist auch die richtige Wahl. Aber es ist, ja, schon die richtige Wahl. Das war die richtige Wahl. Du weißt nie, wie viel Zeit ihr mit jemandem bleibt. Alex. True. True, true, true. Nein, nicht Mac, wir reden später. Lass uns später reden. Ich sag' Bescheid, wenn's was Neues gibt. Danke nochmal. Das... Das mach' ich jetzt nicht auf. Die Arme. So. Dann sneaken wir uns jetzt mal hier in den Backroom. Die sind neu. Das müssen Erinnerungshilfen sein. USB-Stick hacken. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Ja. 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 Elinor muss es gegen den Strich gehen, dass sie die braucht. Das ist doch komisch, oder? Gerade so laut, jetzt so leise. Warum? Wie? Was? Wo ist... Wo sind... 300 Seiten gelesen? Muss gut sein. Mascarone-Effekt. Ich... Spider. Spider. Mhm. Gute alte Brute Force. Nice. Ja, 354.000 Passwörter erst gecheckt. Da... Da geht aber noch einiges, du. Ich finde es auch geil, dass er einfach einen Progress-Balken anzeigen kann. Als ob man das machen könnte. Wie, das war's jetzt schon? Findet ihn sehen, Rubin. Ja gut, da müssen wir jetzt wohl zum... Oh. Zum... Treu? Scheiße, das hat ja nicht lang gedauert. Das ist schlecht. Sie hat das hier öffentlich bekannt gegeben. Dass sie den USB-Stick verloren hat. Ich biete eine Belohnung. Wie wär's, wenn wir die einfach... Äh, was für eine Belohnung? Nein, aber abhängig von der Belohnung gebe ich mir mehr Suche. Ähm, ja, mehr Mühe. Wir geben den einfach ab und snacken uns die Belohnung. Gar nicht auffällig. Manchmal ist das so komisch. Da ist der Charakter noch so am Gehen. Ich will links gehen, aber er redet noch und dann kann ich den nicht steuern. Ist auch ganz interessant. Ja, mach. Achso, kann ich hier mit irgendwas interagieren? Bevor ich hier rausgehe. Mal schnell die Gefühle checken. Ach, ihre Gefühle. Ja, okay. True. Oma ist so ein guter Mensch. Das alles hat sie einfach nicht verdient. Genauso wenig wie Riley. Diese Voices machen gar keinen Sinn, Mann. Warum so laut und dann so leise? Ich verstehe es nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Game. Das verstehe ich halt echt nicht. Ja, aber klar. Es ist eine sehr doofe Sache. Aber so läuft das Leben leider auch nicht. Das wäre schön, wenn es nach Karma und Hass nicht gesehen gehen würde. Aber leider nicht. Ich frage mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ja, da müssen wir jetzt mal hin. Auch vielleicht noch in den Ice Cream Laden. Gibt es da noch was? Gibt es eine Süßspeise für uns auf die Hand? Ne, schade. Genau, hier sind wir glaube ich auch ziemlich durch. Ich muss jetzt nicht, was wir hier noch vergessen haben. Begeben wir uns mal hier in den Weg rein. Und dann geht es zur Brücke. Und wir haben ja den Treustau. Das heißt, den können wir eigentlich damit besänftigen. Und dann müssen wir mal gucken. Geht es ja da hinten echt weiter? Da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, was ist da? Ach, der Troll. Haben sie gar nicht gesehen. Das ist der Riesen. Sieht der aus wie ein übergroßer... Guck mal. Der Wrestling... Champion... Schnalle hin. Übertreibend. Sieht eher aus wie so ein übergroßer Goblin, ne? Vom Kopf her, finde ich. Bestäuben, bestechen, bedrohen, kämpfen. Ja, bestäuben wir auf jeden Fall mal. Dafür haben wir es ja extra. Die Frage ist, ich glaube, wir haben noch einen Troll auf der Liste. Ob wir jetzt noch eine Prise übrig haben. Wie? Oh, Mann. Nein, das ist Glitterzeug. Ich hasse das auch. Da fasst du einmal sowas an, dann hast du die ganze Zeit noch an den Fingern. Das ist crazy, wo sich das überall noch hält. Wochenlang hat man daran immer Spaß und Freude auf jeden Fall. Delikat. Wie er aussieht. Na gut. Und da sind es drei. Sollen es noch was? Ja, genau. Einen neuen Begleiter. Wir sind auf einer Quest. Kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Ich könnte euch beibringen, zu kämpfen wie ich. Bitte schön. Ja, einfach so als Zettel. Neuer Skill. Drei Damage. Okay. Ah, okay. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt quasi zweimal pro Kampf... Nee, oder war das bei ihm? Ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit der Bardin, ne? Oder hat er auch noch einen anderen Skill? Ich glaube aber auch, ne? Dass wir zweimal mit ihm jetzt drei Damage machen können. Quasi verdoppelt. Oder war das verdoppelt oder war das plus zwei Damage? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall geil. Neh mal mit. Sag was Nettes. Sag doch etwas Nettes. Über uns beide. Die schwerste aller Aufgaben. Alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt. Und du? Sie ist tief in die Herzen der Menschen. Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben. Verrat mich nicht. Verrat mich nicht, Bruder. Der Troll ist ein Emo. Nöte. Ja, genau. Das ist alles, was wir brauchen, oder? Der empathischste Troll ever. Kommt gern wieder vorbei. Redertzeit. Nice. Wir haben alle drei. Wir können jetzt zurück zum König. Jetzt können wir zurück zum König. Nice, okay. Okay. Der Troll war furchtendflüssig. Gebe ich zu. Naja. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Selbst nachdem du den Staub benutzt hast, hat er mir Angst gemacht. Oh, Mann. Ist das jetzt auch getrollt, oder was? Kann er doch nicht ernst meinen. Kann er doch nicht ernst meinen. Haut er hier einen kleinen Frex Troll raus, oder was? Der kleine Troll. So, ab zum König. Gibt es keine Reisegelegenheit? Einen in der Goldmünze hätte ich noch zu. Anzubieten hier. Eine kleine Reise zum König. Eine Schnellreise. Genau. Geht's zurück zum Park. Okay. Ah, bestimmt wird im Park jetzt was dann auf uns lauern. Vielleicht. Wurde der Park jetzt von bösen Monstern eingenommen. Das finden wir raus. Okay, aber ein bisschen links rum, ne? Einmal. Außen herum. Da liegt ja noch irgendwas. Da kann ich bei denen vielleicht die Emotionen noch deuten. Das habe ich gar nicht versucht. Nope. Okay, ich glaube, diesmal haben wir echt vieles abgegrast. Ich habe auch, glaube ich, einige Erinnerungen so mitgenommen. Das war im letzten Kapitel nicht so. Oh, wer ist da? Ein Dollar. Hmm. 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 Das sieht mir nach einem Hinterhalt aus. Welche Gefühle hat der Dollar? Ich habe schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Ein Dollar. Das habe ich. Ich muss es nicht beweisen. Ich sage Mama, dass du mich ein Lügner genannt hast. Boah. Ach ja? Mach es doch, wenn du dich traust. Ach, den können wir gar nicht aufheben. Ich weiß, du hättest echt Spaß mit all dem hier gehabt. Ich werde nur ansehen. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Oh mein Gott. Hey Noh, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria. Der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur. Dort. Was ist das? Eine Falle. Ich glaube, die sind braten nicht. Das Himmelschwert. Das Himmelschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat einen Knauf. Und den gleichen Griff. Ach, wie cool, ja. Und diesen Teil für die Juwelen. Die Slots für die Juwelen. Das ist ja geil. Wie haben sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Nur wenn du der Auserwählte bist. Setz es für Gutes ein. Das hat Noteria gesagt. Ja, aber wir wissen ja nicht. Das ist ja keine Antwort. Also das ja. Aber das ja eigentlich nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob er die Kraft dafür hat. Bitte sagen wir mal. Dass es gesagt hat. Stell dir vor, jetzt versucht er es rauszuziehen. Es schafft es nicht. Achso. Das war ja seins. Haben wir nochmal einen ordentlichen Damage-Boost damit vielleicht? Vielleicht ist ja der König in Gefahr, wenn wir dann da ankommen. Und da müssen wir uns dann durchkämpfen. Das kann natürlich auch sein. Oh, let's go. Okay. Das ging leichter als wieder. Mit der Macht der drei Helden. Rennen wir das Königreich. Let's go. Nice. Huch. Oha. Wir sind jetzt richtig im... Alter. Im Wald eingetaucht. Nice. Okay. Das ist natürlich cool. Und jetzt so richtig RPG-mäßig. Alles wird verwandelt. Das wäre geil. Fancy. Fancy. Das ist ja cool. Nichts lieber als das. Achtung Monster. Nehmt euch in Acht. Das Himmelschwert der Macht ist in Thanos' Hand. Bam. Nice. Oh nein, der Himmel verdunkelt sich. Ist das... Ist das... Wie ist das Storm... Storm Brother? Oh oh. Ja. Oh. Das ist der König persönlich. Das ist der König persönlich. Das ist der König persönlich.